Ich habe ja nach der Schauspielschule abends nochmal für 50-Mark-Theater gespielt, da waren zwölf Leute im Zuschauerraum und wie gesagt, die dreieinhalb Stunden lagen vor mir mit meinen schweißnassen Hemden und der Theaterleiter sagte, Heiner, diese zwölf Leute, die jetzt da drin sitzen, die sollten wir nicht bestrafen, die sollten wir belohnen, denn das sind die, die gekommen sind. Wenn wir jemanden bestrafen sollten, dann vielleicht die, die nicht gekommen sind, aber nicht die, für die sollten wir besonders gut sein. Diesen Satz habe ich eigentlich in meinem ganzen Leben verinnerlicht, denn da ist sehr viel Weisheit drin.